Servus, grüßt euch bei CampingTV. Ja, ich bin in Bella Italia am Gardasee, und zwar genauer gesagt in La Cise, am Camping Du Park. Und wie es in dem Campingplatz da so ausschaut, ihr seht ja hinter mir schon mal das tolle Panorama. Das zeige ich euch jetzt anschließend. Also da vorne, das große Gebäude, das ist die neue Rezeption. Die ist zum aktuellen Stand September 2021 noch nicht ganz fertiggestellt. Wenn man hier ankommt, dann ist hier der Parkplatz, wo man sich hinstellen kann. Oder wenn es zu voll ist, darf man durch die Schranke fahren und muss sich dann auf dem Campingplatz kurzfristig einen Platz zum Stehen suchen. Und wenn man hier ankommt, dann ist hier der Parkplatz. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das war jetzt die Runde durch den Campingplatz. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, bitte Daumen nach oben da lassen. Vielleicht auch einen Kommentar, was euch gefallen hat oder nicht. Dann mache ich es beim nächsten Mal vielleicht etwas besser. Und wir sehen uns dann am nächsten Campingplatz. Servus!